Wir von der ThyssenKrupp Steering sind in Lichtenstein daheim und auf den Strassen der Welt zuhause. Unsere Längssysteme sind die Nummer 1 in jedem vierten Auto weltweit. Hallo, ich bin Damian, ich bin im ersten Lehrjahr in ThyssenKrupp Presta und mache Lehre als Konstrukteurin. Jetzt bin ich im LRZ zur Grundausbildung. Hallo, ich bin Damian, ich bin Konstrukteur im dritten Lehrjahr bei ThyssenKrupp Presta und arbeite in der Abteilung Fiat. Im ersten Lehrjahr startet man zuerst mit der gemeinsamen Grundausbildung. So verstehen wir Konstrukteur auch besser, wie wichtig die richtigen Angaben auf der Zeichnung sind. Währenddessen arbeiten wir auch viel am CAD. Das ist ein Zeichnungsprogramm, mit dem man verschiedene 3D-Modelle konstruieren kann. Wir entwickeln und produzieren weltweit innovative Produkte für die Automobilindustrie. Vom Kleinwagen bis hin zum Luxusfahrzeug bedienen wir weltweit alle Fahrzeugklassen. Im vierten Lehrjahr werden schon mit der Absprache von Projektleitern einzelne Komponenten gefertigt. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in den Berufsalltag von Konstrukteur bei ThyssenKrupp Presta. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirbt ihr noch heute bei uns um eine Lehrstelle als Konstrukteur. Ich habe bei der Presta eine Lehre gefunden, die zu mir und meinem Leben passt. Werde auch du Teil unseres Teams und gib deiner Lehre den richtigen Drive. bis etwa eine gute Ach stopped, aber wir nahez in den Beruf. Ich verstehe vom D Strike – das ist niemalsasty gew dopamine – das ist distracting, vielleichtithe mieux – was diese eingeräus blev demasiado – und war die Gefühle. Noch abgelabberi 44 45